Ja, liebe Zuschauer vor dem Videoclip, guten Tag, guten Abend. Und wir von der Yacht-Tombleser-Gruppe Hubertus Lorup haben eine Nominierung erfahren zu dem Cold Water Challenge. Und zwar von der Reib- und Fahrvereinigung Lorup. Wir nehmen diese Nominierung gerne an und werden das heute hier durchziehen. Es ist so, dass man dann drei Vereine dazu neu nominiert. Und dazu nominieren wir als erstes den derzeitigen amtierenden Schützentrön von Lorup. Dann den Kirchenchor Eintracht Lorup und dann noch den Angelsportverein Lorup. Die sind ja eh nah am Wasser gebaut. Und diese drei Vereine fordern wir hiermit heraus. Und wir bedanken uns nochmals für die Nominierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. ZDF für funk, 2017. ZDF für funk, 2017. Wohooo! Wohooo!